Er ist im Kaffee-Stern, beliebt bei allen Herren, die Käthe, die Käthe, die Käthe. Sie ist sehr populär und darum hat das süße Gönnen riesigen Verkehr. Doch heute kommt sie plötzlich ganz verändert ins Café und stolz verdreht den Munze. Da staunt das ganze Personal, der Ober, der Portier, selbst Lehmann spricht zu Kunze. Heut ist die Käthe, Ete, Petete, tja Himmel, Donnerwetter noch einmal, seit wann macht denn die Käthe in Moral? Na hören Sie, wenn doch die Käthe bloß nicht so täte, tagsüber im Büro. Ich meine, dann tut sie so und zeigt nie wo. Aber nachts von zwölf bis zwei, das sowieso, das sowieso. Im ganzen Kaffee-Stern spricht man nur bei den Herren von Käthe, von Käthe, von Käthe. Erst flüstert es Herr Pilz, doch Eidenstein, der brüllt, die ist verlobt mit Dr. Knülz. Mit Marlin und der Gartenlaube geht sie jetzt ins Bett. Jawohl, jawohl, das tut sie. Und morgens mit erzügtem Auge wacht sie auch wie nett, befreit vom Schund und Schmutze. Drum ist die Käthe, Ete, Petete. Der Himmel, Donnerwetter noch einmal, wie passt denn zu der Käthe die Moral? Mal ehrlich, wenn doch die Käthe bloß nicht so täte, tagsüber im Büro. Gut, da tut sie so und zeigt nie wo. Aber nachts von zwölf bis zwei, das sowieso, das sowieso.